Oh, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schleimoss. Aber irgendwie ist der nicht hier aufzufinden. Was ist das? Das ist so ein alter Mietzkatz, ne? Das ist so eine Fresskiste, okay? Hopp. Hoppla. Oh, noch eine Fresskiste. Meine Güte. Ah ja, ein kleiner Beuschen. Das ist wieder so eine Stunde vergangen. Oh, ne, kein Blitz. Das ist wieder eine Stunde umgegangen. Dann noch geguckt, ob das wirklich funktioniert mit dem Mutant. Funktioniert Astralen. Das ist super, immer. Und so, dann kommen wir auch auf den nächsten Kontinent und verfolgen weiter Dolomigos. Oh, was machen wir jetzt mit der Fresskiste da vorne? Hallo. Komm her. Ich kann die Ballenkiste, okay. Scheint natürlich dann stärker zu sein. So, jetzt machen wir mal eine magische Barriere und machen hier einen schlimmer Fall. Okay, Haya schon mal machen. Dann wird bestimmt wach sein. Ne, super. Das heißt, wir können alles drauf geben. Geben eventuell noch ein Küsschen für dich drauf. Ah, jetzt ist sie wach. Ah, nochmal mehr Kustur, das Windwirbel, Küsschen und Schlummerfeil. Oha. Ist das nur oder? Nein, 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 nein. Das ist jetzt wieder Haya, Mann. Und schon... Ah, Down ist doch nichts gewesen. Kupfermünze. Oh, Jessica heilen. Äh, ja, machen wir noch einmal den. Ist er wieder voll. Er quillt auch nur den Schleim. Hier ist er nicht. Äh, ich bin mal gerade zu faul und teleportiere mich mal nochmal zum Schloss hin. So. Das ist er vielleicht... Äh, okay. Hoffen, dass er schnell tot geht. Kupfermünze. Ja. Geschwind, dann können wir nämlich zu ihm gehen. Ah, warte mal, hat's noch Plinkploin gemacht? Oh, da ist ja nichts drinne. Schlangenpeitsche. Äh, jetzt machen wir noch Haltkräuter, würde ich sagen. Aber doch. So. Starten. Hopp. Just. Mal auf die Zeit. Die Schlangenpeitsche, die brauche ich natürlich nicht. Transfer. Oh, die macht bei Jessie immer noch so viel. Aber ich bleib doch beim Zauerstab. Ach so, jetzt kann ich mich... Obwohl, ja. Jetzt ist es eh zu spät. Ich hab zu viel auf die Stäbe gesetzt. Jetzt hätte man vielleicht sagen können, komm, nimm mal die Peitsche. Da die doch mir ein bisschen mehr reinzimmert. Aber so haben wir, wenn wir keine Magie mehr haben, immer noch... ...nen Schaden dafür. So. Kommen wir jetzt hier rein? Nee. Ah, die Tür ist abgeschlossen. Ja, ist klar. Weiß ich doch. Ist ja zu ihm der hoch. Also. Nääää. Na. Muri. Weißt du, sonst kann man keine Clip runterfallen, aber die gefällt mir. Soll ich das jetzt auch machen, oder was? Ich lauf lieber runter. Der hat doch nichts anderes geübt, bestimmt, als diesen Trick. Und ach... Oh, Hallöchen. Ha, ha, ha. Curioso, eh? I like that in my ladies. Wow, we are you. Haha. Okay, unten... Was haben wir wohl da? Irgendwas mit dem Monster zu tun, eindeutig. Hallo. Ne, da können wir speichern. Okay. Team. Auch nichts besonderes. Auch nichts besonderes für uns. Okay. Dann gehen wir mal runter. Din, 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 din. Hallöchen. Ah, Monsterkampf-Fight. Händnis-Murie. Din, 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 din. Das ist mein Monster gegen Monster antreten. Bisschen übertrieben, so die Aufspielung, oder? Oh, Mori ist ein Monsterkampf-Fight. Mori! Mori! Mori, das ist unser klei-Fighter. Okay? Es gut, meine Frau. Haha. Hallo, der Monsterkampf! Sicherlich. Sicherlich schaff mal das. Ja, übertreib nochmal die Szene. Ich muss Monster-Team. Yay! Ich besitze sein Monster-Team. Fantastic Free oder so. Äh, können wir nochmal zurück? Oder die drei Muskeltiere oder so. Oh. Äh, mehr Zeichen kann man schon noch? Drei Muskelmonster können wir bestimmt nicht hin. Muskelmonster. Obwohl. Oh nein, ich hab was vergessen. Die drei. Oh nein. Wir machen aber nur die Muskelmonster. Ich glaub nicht, dass die drei auch noch hin passt. Wenn ich die auch schreibe hier. Ne, passt nicht. Dann machen wir nur die Muskelmonster. Ich hasse die Schreiben hier. Was alphabetisch geordnet ist. Naja. So, pass ganz genau rein. Das ist schon mal super. Ende. Sicherlich. Gremse. Gremse. Okay. Ich weiß wo wir hier sind. Und zwar. In der Anfangsstadt sind welche um die Ecke. Können wir gleich mal hingehen. Und steckt ihn in den Beutel. Okay. Nochmal. Aber nicht heute. Tschüss.